Ich habe Chemie in der Schule abgewählt und mich schon häufig darüber geärgert dass ich nachlesen musste und entsprechend mich in den letzten 5 Jahren insbesondere bezüglich der Biochemie und der Lebensmittelchemie intensiver gewidmet. Entsprechend war es nur eine Frage der Zeit wann ich mal generell wieder der allgemeinen Chemie zuwenden würde. Mit dem Buch Faszinierende Chemie von den Autoren Feil, Rezak und Riebe wollte ich auf eine nicht zu theoretische Weise wieder Antichemie als solches herangeführt werden. Das Buch bekam sehr gute Kritiken und entsprechend landete es in meiner Rezensionsliste. Die wichtigste Information zuerst, das ist kein Lehrbuch. Es beginnt zwar mit dem Aufbau eines Atoms und erklärt auch grundlegende Zusammenhänge aber durchaus stark selektiv und die Lücken die dabei entstehen könnten für Menschen die keine Vorbildung haben einfach zu groß sein. Selbst ich der die Grundlagen der Chemie mittlerweile beherrscht musste wirklich langsam lesen und das Buch so bunt und populär es daherkommt, das ist schon ein anspruchsvolles Buch, das kann man schon so sagen. Also ein generelles leicht verständlich würde ich für den Durchschnitt der Gesellschaft nicht vergeben. Es wird durchaus versucht den ein oder anderen Fachbegriff direkt zu erklären aber man könnte diesen viel besser einfach mit einem einfachen Wort ersetzen. Bloß da merkt man eben auch doch den Anspruch der Autoren, dass man dann eben doch nicht ganz beim ganz gemeinen Volk liegt, sondern schon eine gewisse Affinität zu Fachbegriffen vorausgesetzt wird. Löblich allerdings ist, dass gerade im Kapitel der Biochemie vor allem der Citratzyklus und die Atmungskette so prägnant und anschaulich auf einer Doppelseite dargestellt wurden wie ich es persönlich noch nie gesehen habe. Es werden dabei ausschließlich die grundlegenden Prozesse erklärt und zb auf die Nennung der beteiligten Enzyme verzichtet usw. Das wiederum disqualifiziert dieses Buch natürlich auch für den anspruchsvolleren Leser, da man hier quasi die Grundidee suggeriert bekommt aber die Details dann nachlesen muss und das sozusagen nichts ist zb für einen Studenten der jetzt den Citratzyklus auswendig lernen muss. Und da kommen wir zu einem Grundproblem des Buches. Es wird versucht jede Thematik die angesprochen wird auf exakt 2 Seiten, also einer Doppelseite darzustellen. Und da nimmt eben der Citratzyklus genauso eine Doppelseite ein wie die Beschreibung eines Wassermoleküms und entsprechend inhomogen ist die Tiefe der Themen. Für mich beim Lesen fühlte sich das nicht angenehm an und man hatte so ein wenig das Gefühl sich durch eine abgespeckte Version von Wikipedia zu klicken. Es gibt zwar grobe Kapitel, aber so richtig aufeinander aufbauend ist das Buch für mich nicht. Weder die Kapitel selber, noch innerhalb der Kapitel. Es entstand so entsprechend für mich auch kein Lesefluss, sondern man schaute mal in das Kapitel und man schaute mal in das andere Kapitel. Es gab dann in den Kapiteln 6, 7 und 8 wirklich einige Aha Momente wo der praktische Bezug der Chemie zur Menschheit hergestellt wurde, aber wirkliche Begeisterung konnte das bei mir nicht auslösen. Und damit wirkt das Buch eine Entdeckungsreise vom Ursprung der Elemente bis zur modernen Chemie. Ja es ist alles drin, aber für mich viel zu abgehackt und zu inhomogen, vor allem in der Tiefe. Das Buch soll farbenfroh sein, was ich als Farbenblender natürlich nicht beurteilen kann, aber ob das denn bei einem Sachbuch unbedingt so notwendig sein muss, sei auch mal dahingestellt. Das tierische Lebensmittel nicht analog des aktuellen Zeitgeistes kritisch betrachtet wären war zu erwarten und erwähne ich nur der Komplettheit wegen. Genau wie es bei alten medizinischen Lehrbüchern wo noch auf Menschenversuche referiert wurde, das etwas befremdlich anmutet, wird auch dieses Buch entsprechende Reaktionen in ein paar Jahrzehnten auslösen, da es selbstverständlich den Verzehr von anderen Lebewesen schildert. Für mich alles in allem kein ganz großes Problem in der objektiven Bewertung des Buches. Entsprechend der Inhomogenität der Tiefe und damit der schlechten Lesbarkeit ist es für mich keine explizierte Kaufempfehlung, weil mir persönlich überhaupt kein Käuferklientier einfällt dem ich dieses Buch empfehlen könnte. Für den Anfänger ist es zu schwierig, für den fortgeschrittenen oder den Studierenden zu wenig komplett und für den interessierten Laien auch einfach zu inhomogen in der Tiefe. Der Preis von 30€ für 300 Seiten ist vertretbar aber auch schon an der Schmerzglänze. Ich vergebe hier solide 3 Sterne, weil sich Mühe gegeben wurde die Wissenschaft der Chemie etwas populärer darzustellen und das durchaus auch gelungen ist, aber der Funke ist bei der Schmerzglänze. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen, Euer Christian, tschüss. Bis zum nächsten Mal.